die 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 so manche willkommen wieder zurück zu einer Runde von Wampel Waku äh ihr wisst schon was und ja willkommen wieder zurück hahaha hahaha ja also ihr kennt mich ja wie gut ich bin in dem spiel und ich würde einfach mal sagen ich werde hier wohl so gut wie nichts schneiden also ich bin so im Gefühl dass der ein kleines bisschen wütend ist aber ich weiß nicht warum ich verstehe zwar seine sprache nicht aber ja äh ihr kennt mich ja wie ich spiele und deswegen äh war es nicht ganz so gut ja diesmal alleine weil ich wieder ein kleines bisschen vorproduktion nehme äh ich nehme mir jetzt gerade so wenn ich richtig weiß für den äh 2 januar auf und ja für den 2. januar für mich gibt es hier ein paar spiele also bei mir haben so gut wie alle spiele jetzt updates oder brauchen ein update und deswegen ist es gerade nicht sehr sehr nice für mich da da ich überhaupt nichts aufnehmen kann also bei mir braucht GTA über eine halbe stunde updates das hat eine viertelstunde gebraucht und so wir werden jetzt einfach mal reinballern und haben jedenfalls erste Ballkontakt bekommen zwar nicht mehr aber mehr brauchen wir glaube ich auch nicht als wenn sie ja ich habe schon vorhin habe ich in äh scheiße habe ich vorhin schon in in Dings erzählt äh in in der Aufnahme von Rollercooter ich versuche ihn jetzt in der nächsten Zeit mal irgendwelche Sachen aufzunehmen also neuere Sachen das bedeutet jetzt für euch neue Projekte die ihr vielleicht euch aussuchen könnt starker Auftritt wofür und ja da können wir später noch drüber reden welche Projekte ihr zum Beispiel gerne auf dem Kanal sehen wollt da möchte ich euch mal wieder mit einbeziehen weil ich beziehe euch sonst nicht ein weil mir schaut sonst niemand zu also ah fuck fuck in dem Fall so ein bisschen Stunt hingelegt werden naaa ganz knapp teilweise könnte es bestimmt auch helfen sowas äh warum ach fuck falsch Richtung dann wurde ja irgendwann mal empfohlen dass ich mir scheißegal so einfach mal mit der Kamera mache wo man äh hinterher schaut also bei Kamera so denn ernst? oh nein ich weiß gar nicht was ich hier für eine für eine Truppe bin also wie ich stark wow ok aber mir fällt gerade ein ich müsste dann noch ein paar Videos schneiden was jetzt äh Weihnachten anging habe ich jetzt ein Video gemacht dann möchte ich noch ein äh Talk Video sowas ähnliches machen aber für den Sonntag habe ich ja eins also Sonntag ist ein Neujahr und Sonntag habe ich schon ein Re-Life Video das ist ja für mich ähm das Jahresvideo worauf ich mich so extrem freue gell? gell? ok das war schon krank und der ging einfach mal rein stark auf das wofür? so schön dass Adolf jetzt so schreibt dass er ihn hat und ja was mir jetzt noch eine andere Sache wenn ich alleine jetzt äh Rocket League äh spiele mache ich bloß eine Runde fuck das war ein bisschen zu spät aber scheißegal dann möchte ich bloß eine Runde aufnehmen weil es lohnt sich nicht zwei zwar die falsche Person aber mir ist scheißegal weg 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 fuck hier den Möbelsturm wenn ich mal rankomme ah der mit seinem scheiß Beeilung, 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 Aufruhe so jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe bisher sieht es ja sehr gut aus für uns alles klar eine Minute noch ja gut was soll das man da war ich hätte ich in einmal fast rein machen können nein der geht rein so machen die jetzt noch einen aber das will ich mal nicht hoffen für die manchmal klappt es wirklich also ich hab mal so dann einmal rein gemacht und es hat aber auch so ein hin und her also manchmal klappt es manchmal klappt es nichts ungefähr einfach weg einfach weg einfach weg einfach weg alter alles klar was ist hier alles passiert und er geht rein er geht rein noch mal rein ja ein Tor noch gemacht nice und da geht er rein da geht er noch mal rein Leute das ist der totale Sieg für uns gewesen und Gott wäre auch anders gewesen aber noch einmal richtig reinballern ist jetzt scheißegal was passiert es passiert eh nichts mehr und aus Leute Orange hat gewonnen Peace Bruder aus und da muss ich jetzt noch gucken Eventwährung was das ist aber ich würde mal sagen das können wir eigentlich gemeinsam gucken grüne Spur ist für mich geil und ich würde einfach mal sagen wir gehen mal kurz ins Hauptmenü weil im Moment haben wir noch sechs Tage von dieser Eventsache und Belohnung einlösen wir gucken einfach mal ah ok die kosten 25 also es ist schon nicht grad billig aha 25 gut da würde ich sagen das kriegen wir schon hin Kisten Packs aha und wie toll sind die ah das war mir klar gut und dann würde ich sagen Leute wenn euch der ganze Wort gefallen gibt dann noch mal nicht einen Daumen nach unten schreibt mir in die Kommentare ob man das auch von sehen wird oder auch nicht und dann bis zum nächsten Mal sagt der einmal zu Wort Ciao Ciao